Ich finde es keine gute Idee, wenn deutsche Panzer russische Soldaten töten. Das sind ukrainische Panzer. Wie bitte? Das sind ukrainische Panzer. Die übergeben wir an die Ukraine. Lieber Herr Kiesewetter. Das sind ukrainische Panzer, aber es sind natürlich deutsche Panzer, die russische Soldaten töten. Wie bitte? Das sind ukrainische Panzer. Das sind ukrainische Panzer.